Hallo, ich bin der Robert. Ich mache den Lehrberuf als Gastronomienfachmann bei WIRT in Stabbruch. Beim Schnuppern habe ich mich sofort wohlgefühlt und darum habe ich mich für den Lehrberuf entschieden. Im Service habe ich viel Kundenkontakt und nehme die Bestellungen unserer Kunden auf. Ich bereite die Getränke vor, bediene unsere Gäste und schaue, dass es ihnen bei uns gut geht. Jeder Tag ist anders und der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Hallo, ich bin der Korbinian. Ich mache die Lehre als Gastronomienfachmann beim WIRT in Stabbruch. Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich schon immer gern gekocht habe und mir die Abwechslung von Service und Küche volltaugt. Als erstes wird das Gemüse vorbereitet und geschnitten. Bevor das Fleisch auf den Grillen geht, wird es vorher portioniert und vorbereitet. Direkt am Grill wird das Fleisch auf Kerntemperatur gegrillt und gewürzt. Wir unterstützen uns in der Küche gegenseitig und bereiten gemeinsam die Gerichte vor, die dann an unsere Gäste serviert werden. Wenn dir unser Beruf gefällt, komm gerne zum Schnuppern vorbei. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank.